Die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger zu den Informationen kommen, die sie für ihre Entscheidungen brauchen, gehört zu den zentralen und interessantesten Fragen in einer Demokratie. Erst recht in einer Referendumsdemokratie, wie wir sie in der Schweiz haben, in der das Volk nicht nur seine Vertreter wählt, sondern auch viermal im Jahr über Sachvorlagen beschliessen muss. Persönlich bin ich der Auffassung, dass sich bereits aus dem Grundsatz der Gewaltentrennung ergibt, dass sich Behörden aus Wahl- und Abstimmungskämpfen heraushalten sollen. Es ist schliesslich Aufgabe der Exekutive, Beschlüsse umzusetzen, die eine andere Staatsgewalt, nämlich die Legislative, gefällt. Das kann sie aber nur dann glaubwürdig machen, wenn sie sich zuvor nicht positioniert hat. Ja, ich würde sogar sagen, dass die Würde des Amts Schaden nimmt, wenn sich die Bundesrat in die Arena beginnt, dort auftretet und sich für oder gegen Vorlage ins Zeug legt. Sie sollten sich wirklich nur dann äussern, wenn sie dazu aufgefördert werden und Fakten klären müssen. Diese Auffassung entspricht auch der langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, die immer wieder festgestellt hat, dass Bürgerinnen und Bürger einen verfassungsmässigen Anspruch darauf haben, dass sie ihren freien Willen zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringen können. Es muss darum garantiert sein, dass jede Stimmbürger und jede Stimmbürgerin ihren Entscheid gestützt auf einen möglichst umfassenden und freien Prozess der Meinungsbildung, also unbeeinflusst, durch die Behörden treffen können. Wenn sich beispielsweise Gemeinden und Kantonen nicht an das Gebot von der Zurückhaltung halten, dann werden sie vom Bundesgericht regelmässig harsch gerügt. Und es gibt da viele Beispiele. Wie aber sieht es auf Bundesebene aus? Grundsätzlich gelten da eigentlich die gleichen Regeln. Aber leider werden die Regeln immer schamloser verletzt. Angefangen hat die Verluderung unserer demokratischen Kultur bei der Abstimmung über der UNO beitritt. Und ständig neue Blüten treibt sie, wenn eine Vorlage etwas mit der EU zu tun hat. In diesem Fall sind PR-Geschichten, falsche Zahlen, Nebelpetarden und Spins, ja man kennt ja den Begriff Spin-Dokters, der Normalfall. Ja, die gesamte schweizerische EU-Politik beruht auf einem grossen Schwindel. Es wird zwar so getan und behauptet, man wolle nicht beitreten, ja man hätte ja schließlich sogar das Beitrittsgesuch wieder rufen. Aber in Tat und Waren ist die gesamte Bundesverwaltung darauf ausgerichtet, alles zu übernehmen, was von Brüssel herkommt. Ja, bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ist sogar während der Verhandlungen in unserer Nationalratskommission in Brüssel nachgefragt worden, ob das, was die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter beschlossen haben, den Funktionärinnen und Funktionären von Brüssel ergenehm sei. Gegen einsachliche und nüchterne Informationen vom Bundesrat ist im Grunde nichts einzuwenden. Was aber, wenn die Informationen falsch sind? Ja, so falsch, dass man sich fragen muss, ob der Volksentscheid nicht vielleicht anders ausgefallen wäre, wenn der Souverän richtig informiert gewesen wäre. Morgen schauen wir uns genau zwei Tätig-Fälle Gneuer an. Ich danke Ihnen. Grüezi miteinander. Seit Ende Januar produzieren wir jetzt mittlerweile schon den ZEG-Faktor. Und wir sind recht zufrieden mit dem bisherigen Erfolg und mit der Entwicklung der Zuschauerzahlen. So wollen wir es auch weiterhin halten. Aber die Sendungen kosten natürlich Geld und auch wir kochen nur mit Wasser. Wenn Sie in der Sendung oder im Umfeld meiner Sendung die ZEG-Faktor Werbung platzieren wollen, dann schreiben Sie uns doch am besten eine Mail-Nachricht an zegg-at-start-tv.ch. Ich melde mich dann sofort bei Ihnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.